hey Leute was geht und willkommen zu einem weiteren video von mir heute habe ich mir was ganz besonderes überlegt der liebe Tom Pferd und ich wir haben ja diesen Insider diesen Hashtag 4er Chicken Nuggets und so haben wir die ganze Zeit immer in Umlauf gebracht Karam ja von Toms Seite aus ich habe das so ein bisschen gehypt und da keine Ahnung da hat sich so ein kleiner Insider gebildet ja und wir haben da so beschlossen weil bei ihm hat es ja nicht geklappt ein 4er Chicken Nuggets zu bestellen dann habe ich ihn herausgefordert wir machen noch mal eine Revanche sage ich mal wir versuchen jetzt mit allen Mitteln beim McDrive einen 4er Chicken Nuggets zu bestellen einfach nur einen 4er Chicken Nuggets ohne alles und ja Tom Pferd wird dazu auch ein Video machen das werde ich dann nur unten in die Videobeschreibung packen schaut am besten bei dem auch vorbei ist auch so ein cooler Dude dann wünsche ich euch viel Spaß das gute alte Meckes wie oft war ich hier denn schon so ein paar Mal hier sind einige Bilder auch entstanden durch den Drive-In mit dem MertBett ich habe mir übrigens 5er habe ich mir da so vorne so an meinen Slam Kartenhalterungen drangemacht und versuche mir da jetzt was zu bestellen Willkommen bei McDonalds Ihrer Bestellung bitte! Guten Tag ich hätte gerne einen 4er Chicken Nuggets was war das Nuggets? 1 4er Chicken Nuggets 20er? Nein 4er 4er haben wir nur im Happy Neal ähm kann man noch einen 6er bestellen und da zwei rausnehmen in einer 4er Chicken Nuggets Packung für den gleichen Preis ich habe nämlich nicht so viel Hunger also wir haben nur 6er 9er und 4er im Happy Neal aber kann man nicht einen 4er für den Preis von einem 6er machen geht das? ja wir können ihn da auf das 4 reinziehen aber auch die Packung von den 4er Chicken Nuggets geht das? ja an der Verpackung ja Verpackung von 4er Nuggets aber auch Preis vom 6er ja das ist nice dann nehme ich halt und als Soße nehme ich Mayonnaise äh kommt da noch was zu? ne das wärs dankeschön 3,89 am ersten Platz bitte? ja haha ich bin der King ich bin der King ich bin der King ja 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 hm ich nehme das schon jo dankeschön ja 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 danke tschüss haha uuuuuh so ein Pferd man gefällt dir das? ich habe Pirate Nuggets bekommen und du nicht der wird jetzt erstmal hier auf dem Parkplatz, wird der verzehrt easy Leute easy easy also so also wenn wenn das nicht wenn das nicht mal warte mal warte mal ich muss ich muss die Trophäe hier oh Leute oh Leute ja komm schon ja man 4er Chicken Nuggets an dieser Stelle und ich nominiere alle die Selbstvideos machen das ja auch zu tun und der Hashtag 4er Chicken Nuggets Armee beizutreten Leute Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir lassen uns jetzt die 4er Chicken Nuggets schmecken, ne? Und sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, Eli.